Hallo liebe Welt da draußen, lieber Leichtathletik-Fan, jetzt ist hier in diesem Moment nämlich dein Moment. Das ist ja eine ziemliche große Massenversammlung da, deswegen fall ruhig auf. Schau dir einfach alle drei Teile an, da gebe ich dir tolle Tipps und zeige dir, wie du das alles ganz schnell und einfach umsetzen kannst. Ja, viel Spaß! Hey! Die Leichtathletik ist eine Individualsportart. Da steht die persönliche Leistung des Leistungssportlers auf jeden Fall im Mittelpunkt. So wie bei Laufen, Werfen oder Springen. Ich male jetzt einmal die olympischen Ringe in Herzform. Und dann blem. Musik Und schon sieht man alle drei Disziplinen. Also hier Leichtathletik drüber und dann hier drunter nochmal einen ganz kleinen Olympia. Musik Ich entscheide mich jetzt für blau und trage noch blauen Litschern auf mein Lied. Und direkt auf mein bewegliches Lied mache ich jetzt noch ein blaues, schön glitzert. Musik Zarten Rouge Ton. Musik Wimpern nachtuschen, damit auch Reste von Lidschattenpartikel verschwinden. Musik Die Nägel, ja da kann man ja auch gut was mit machen, gerade so als Lady. Da habe ich mir dann Rot ausgesucht. Musik Und im zweiten Teil, da zeige ich dir, was ich Schönes mit den Haaren machen würde. Und wenn dir das hier gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Like da lässt. Also bleib dran und schau dir Teil 2 an. Mua! Musik S-E-S-E-N So buchstabiere ich Leben, so wie ich es kenn. L-I-E-B-E-U Geht durch den Ma... Musik D-I-B-E-U D-I-B-E-U